Zur Eignungsfeststellung für einen Masterstudiengang gehst du auf das Bewerbungsportal dickstuh.hhu.de. Starte über den Button für BewerberInnen. Solltest du zum ersten Mal auf dem Portal sein, musst du dich zunächst registrieren. Wenn du das bereits gemacht hast, loggst du dich hier oben ein. Wähle deinen gewünschten Studiengang aus. Wähle das Fachsemester, auf das du dich bewerben möchtest. Hier wirst du nach deinem Abitur gefragt, zum Beispiel, wo du es erworben hast. Warst du dieses oder letztes Semester an der HHU eingeschrieben? Steht deine Bachelorabschlussnote schon fest? Hier gibst du an, wie viele Credit Points du in welchen Themengebieten deines Studiums erworben hast. Sollte dein gewünschtes Studium teilweise in einer anderen Sprache als Deutsch unterrichtet werden, musst du hier nachweisen, dass du diese Sprache beherrschst. Welche Nachweise dafür in Frage kommen, erklären wir dir im Video Sprachnachweis. Verrat uns mehr über deinen Bachelor. Hier musst du dein Zeugnis hochladen. Wenn du noch keins hast, genügt erst einmal die Leistungsübersicht. Wie viele Credit Points hast du bis jetzt erworben? Und wie viele werden es nach deinem Bachelor insgesamt sein? An welcher Hochschule hast du deinen Bachelor gemacht? Solltest du dieses Semester an der HHU eingeschrieben sein und schon im nächsten Semester dein Masterstudium beginnen wollen, brauchst du dein bisheriges Studium nicht beibehalten. Du klickst hier also auf Nein. Jetzt musst du nur noch hier deine Angaben kontrollieren, ihre Korrektheit mit einem Häkchen bestätigen und auf Antrag abgeben klicken. Hier siehst du deinen versendeten Antrag. Er ist bei der HHU eingegangen. Nach einigen Wochen, wenn ein Studienangebot für dich vorliegt, erhältst du einen Zulassungsbescheid. Wenn du dich für dieses Studium endgültig entscheiden möchtest, musst du auf DICSTU dieses Zulassungsangebot annehmen. Danach musst du dich für den Studiengang einschreiben. Wie das geht, erklären wir dir im Video zur Einschreibung.